Als John seine Schwester vor einiger Zeit fragte, ob sie über Sascha hinweg sei, fiel Emilys Antwort eindeutig aus. Sie warte auf einen Mann, der sich auch zu 100% auf sie einlässt. Ihr erinnert euch, Sascha verließ Emily im vergangenen Herbst in einer Nacht- und Nebelaktion, um weiter auf die Suche nach den Männern zu gehen, die seinen Jugendfreund Mohammed getötet hatten. Als Emily wegen des Fair Fashion Runways mit John und Laura nach Paris reiste, kamen sich die beiden zwar wieder näher, dennoch zog Emily einen Schlussstrich unter die gemeinsame Zeit mit Sascha. Seither ist es um Emilys Liebesleben nicht gut bestellt. In Paris flirtete sie heftig mit dem Barkeeper Luc, verfolgte die Sache allerdings nicht weiter. Im April dieses Jahres zeigte Emily kurz Interesse am Designer Julian McKenzie, doch auch hier zog sie trotz Kuss schnell die Reißleine. Der Grund mag sicherlich die Arbeit sein, denn seit sie mit Laura und Katrin die Agentur, Female hoch 3, führt, ist sie schwer beschäftigt. Das bewahrheitete sich zuletzt im Juli, als Emily im Beach Club einen interessanten Mann kennenlernte. Eigentlich nur als Alibi-Freund gedacht, um John vorzugaukeln, mal nicht zu arbeiten, waren sich die beiden sogar sympathisch. Doch auch hier verteilte Emily letztendlich einen Korb. Sorry, aber ich hätte wirklich keine Zeit für dich. Das ist nicht mal gelogen. Wie ein Foto, das RTL gerade veröffentlichte, zeigt, könnte der Funke bei einem ganz anderen Mann demnächst wirklich überspringen. Dass Tobias Emily nicht unattraktiv findet, ist kein Geheimnis. Im Juni versuchte er sogar, sie im Mauerwerk zu küssen. Emily war schockiert, vor allem, weil die Zusammenarbeit mit Katrin in der Agentur zu diesem Zeitpunkt ohnehin sehr schwierig war. Spinnst du? Fuhr sie Tobias an, bevor sie das Mauerwerk verließ. Durch das gemeinsame Engagement für das Berthauer Projekt arbeiten Emily und Tobias aktuell eng zusammen. Gerade veröffentlichte RTL ein Foto der beiden, das sie gemeinsam im Vereinsheim zeigt. Dazu schreibt der Sender, Emily und Tobias finden immer mehr Berührungspunkte. Nur beruflich? Es wäre für die Handlung der Serie natürlich Gold, würde Tobias jetzt ausgerechnet mit Katrins Geschäftspartnerin anbandeln. Deshalb halten wir das ganz und gar nicht für ausgeschlossen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020